servus leute was geht ab mein name ist seranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem kleinen ankündigungsvideo und zwar seht ihr schon im hintergrund oder generell an der optik wir befinden uns in wo w ich habe dazu gerade eben auch einen community post verfasst das soll nur noch mal als kleines ankündigungsvideo für euch dienen für die leute die es interessiert und zwar habe ich ja in letzter zeit schon öfter angekündigt bzw hat sich die idee vor kurzem ergeben auch unter anderem durch die liebe nancy aus unserer community dass wir ja eine wo w community aufmachen können und zwar habe ich das ganze jetzt mal in die wege geleitet das finden wir hier unter gilde und community und haben hier unsere community friends of zyra über den namen dürfen uns gerne noch streiten der ist aktuell noch nicht final allerdings ist es halt so dass ich irgendeinen namen auswählen musste um die überhaupt zu erstellen dementsprechend habe ich mich für friends of zyra in erster linie entschieden wie gesagt da können wir aber gerne auch noch mal ab umfragen darüber machen etc und uns da gerne für was anderes entscheiden da bin ich nicht so festgefahren wie ihr der community beitreten könnt und zwar könnt ihr ganz einfach auf mein community tab auf youtube gehen und da findet ihr einen link diesen link müsst ihr euch kopieren beziehungsweise ihr klickt diesen link erst mal an im community tab und wird dann auf eine seite von wo weitergeleitet wo dann ein weiterer link drin steht den kopiert ihr euch und dann könnt ihr hier wenn ihr auf community finden geht einmal draufklicken beziehungsweise ihr community beitreten und hier diesen link einfügen wenn ihr dann auf beitreten klickt seid ihr eigentlich schon drin also normalerweise müsstet ihr auch automatisch angenommen werden und dementsprechend freue ich mich auf viele zahlreiche mitglieder aus unserer community und ich freue mich darauf euch kennenzulernen und vor allem auch mit euch gemeinsam zu zocken das war ja tatsächlich eine sache die schon öfter gewünscht wurde und ja die jetzt endlich in erfüllung gehen kann dementsprechend je mehr leute wir sind je mehr leute wir zusammen kriegen desto cooler wird es dann auch einfach nur weil wir dementsprechend natürlich auch einige dinge starten können kurz auch für euch der hinweis in dieser community könnten sowohl horde als auch allianz spieler beitreten und es ist auch serverübergreifend sprich das ist auch kein problem wenn ihr auf einem ganz anderen server als ich spielt das seht ihr jetzt zum beispiel unter community einstellungen ich habe das ganze hier fraktionsübergreifend eingestellt und habe das auch in die community browser aufgenommen sprich ihr solltet uns auch darüber finden und bewerber automatisch aufnehmen sprich ihr müsstet eigentlich auch direkt reinkommen wir können das ja einmal noch mal kurz testen community finden und dann geben wir mal den namen ein ich weiß nicht ob wir dann direkt gelistet werden oder ob das erstmal ein bisschen braucht okay wenn man jetzt hier friends of zyra eingibt findet man ziemlich viele sprich das scheint schon mal nicht so gut zu funktionieren dementsprechend würde ich euch empfehlen das ganze über den link im community tab zu erledigen und ja gegebenenfalls wird dann auch in den nächsten tagen discord folgen den kann ich dann noch konfigurieren damit wir da natürlich auch ein bisschen quatschen können und ja ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen wenn ich euch hier treffe und ja wir eine gemeinsame schöne zeit haben und die schönheit des gamings und von wo wir wir genießen können in dem sinne haut rein euer cyran aus ciao ciao